Der Naboo N1 Sternenjäger hat damals 1999 in Episode 1 schon bewiesen, dass er ein ziemlich fähiger Jäger war. Jetzt modifiziert als Raumschiff des Mandos scheint er umso stärker und schneller zu sein. Als diese Jäger das erste Mal von den Naboo in Auftrag gegeben wurden, war das aber wohl nicht das einzige Kriterium, das der Jäger erfüllen sollte. Denn ein jeder einzelner Bürger von Naboo war dazu angehalten, seinen Planeten Naboo zu beschützen. Und zwar nicht nur die Bewohner des Planeten, sondern auch den Planeten als solches. Das empfindliche Ökosystem des Planeten sollte unter jeglichen Umständen beschützt werden, weshalb selbst die N1 Sternenjäger halbwegs umweltkonform designt wurden. So wurde zum Beispiel darauf geachtet, dass ihre eigens dafür designten Triebwerke den Treibstoff heißer verbrannten als sonst, was schädliche Emissionen drastisch reduzierte und Naboo als solches schützen sollte. Ob das aber bei Mandos modifizierten N1 auch so ist, wage ich stark zu bezweifeln.